Hallo zusammen, mich hier ist wieder, chilla und ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money, World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu haben wir heute ein kleines anderes Setting als sonst, in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist mein neuer PC und ich da, dementsprechend kann ich jetzt auch wieder vernünftig was aufnehmen. Da könnt ihr mir auch gerne sagen, wie ihr jetzt die Qualität so findet, ob ich da nochmal was umstellen muss, das muss ich mal noch gucken. Aber das am Rande. Und zum anderen, weil ich jetzt nicht die Items alle kaufen werde. Ich habe nämlich jetzt über die letzten paar Wochen, wo mein alter PC ja so ein bisschen den Geist aufgegeben hat und das mit den Aufnahmen und dem ganzen Zeug nicht so geklappt hat, mir zwar schon Zeug gekauft, ich habe das halt jetzt ein bisschen aufgeschrieben. Und wir werden das jetzt anhand der Liste machen. Es geht leider nicht anders, schlichtweg, weil alles, was ich auf dem alten PC aufgenommen hatte, die Videodateien, da kann ich nicht mehr zugreifen. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe das jetzt quasi aus dem Stream zum Teil rausfotografiert. Das ist, naja, alles ein bisschen schwierig. Gut, genau. Jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ein. Und zwar, ich zeige euch mal, wo ich ja unterwegs war im All of Things, dass ihr es so grob wisst. Also ich war ja zum einen ein bisschen quasi im Schwarzmarkt-Auktionshaus unterwegs und dann habe ich einiges an Sachen gekauft, die jetzt mit Patch 10.1.7 wieder zurück ins Spiel gekommen sind. Die sind ja im All of Things hauptsächlich unter den Außenbereichen drin. Das sind so Items, die jetzt quasi wieder droppen können, die mit dem Kataklysm ursprünglich rausgefallen sind. Genau. Da sind auch ein paar andere Sachen drin. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also es ist jetzt zwei gegliedert. Ich habe einmal hochprofessionell das hier aus dem Stream quasi rausgescreenshottet. Und da können wir mal gucken. Also angefangen, wenn wir hier oben mal, das hier mit 5k, diese Brustplatte, die ist einfach eine von diesen Items, die da reingekommen sind. Dann haben wir hier Kopfstuck des Grubenpirschers. Das war ein bisschen teurer. Das war, glaube ich, ein T3-Teil. Und zwar, wenn wir jetzt hier gucken, Grubenpirscher ist, glaube ich, ja, hier das Schurken. Also da habe ich mir den Kopf gekauft vom T3, also aus dem Black Market. Ja, 157k bis 200k kaufe ich die immer. Dann habe ich mir Stiefel des Erdspalters gekauft. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist, ob das auch ein T3 ist. Doch Erdspalter ist auch T3, das ist Schamane. Ah, die habe ich günstig gekriegt. Es ist jetzt alles schon ein Weichen her, deswegen weiß ich teilweise die Sachen schon gar nicht mehr. Also, das waren quasi die Schuhe vom T3-Schamane für 31k. Dann das hier sind einfach ewig viele Items. Ich habe bis 10k die ganzen Sachen gekauft, die man dementsprechend, ja, jetzt wieder kriegen kann. Viele sind im Auktionshaus. Ich habe halt auf einigen Servern das immer durchgeloggt und mir dann nach und nach die Sachen gekauft. Ich denke mal, die brauchen wir jetzt nicht alle vorlesen. Die seht ihr ja. Dann, was noch vielleicht interessant ist, hier habe ich einen Argus-Matz geholt. Und zwar gibt es mit 10.1.7 jetzt eine Questreihe auf Argus, wo du dementsprechend diese Minari, heißen die, also diese roten Draeneis, da habe ich auch ein Video zu erstellt, freischalten kannst. Und dann gibt es zusätzlich noch einen Händler nach dieser Questreihe, wo man sich Sachen kaufen kann. Und da braucht man blöderweise halt einen Haufen Argus-Matz. Und ich sage mal so, hätte ich wahrscheinlich jetzt die Matz gekauft, zwei, drei Wochen später, dann wären die vielleicht für 5k oder 10k drin gewesen. Aber ich wollte das Ding halt weg haben. Dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, jetzt kaufst du den Matz. Waren über 100k, 102k, um genau zu sein. Naja, war ein bisschen wasted. Aber dafür haben wir das Videoformat, ja. Dann, was haben wir als nächstes? Ordos habe ich ein Stoffteil gekauft, genau. Dann haben wir Handschuhe des Erdspalters. Das Erdspalter hatten wir ja schon mal, ne. Das ist dann auch Schamane. Also auch wieder ein T3-Teil für 58k, vollkommen in Ordnung. Dann sind es hier wieder ein Haufen remove-te-Items, die wieder reingekommen sind. Genau, eigentlich alles bis 10k, genau. Und dann habe ich hier noch für 128k, das ist auch ein T3-Teil, Handgelenke der Lösung. Das ist wahrscheinlich Paladin, oder? Das schätze ich mal. Genau, also das war ein Paladin T3-Item. Genau, so viel dazu. Das sind die Sachen. Ich habe jetzt, also das war es im Anführungszeichen noch nicht, sondern ich habe das Ganze dann, als ich gemerkt habe, okay, ich kann es quasi nicht aufnehmen, weitergeführt. Und zwar in dem Google Docs. Das, was ihr bis jetzt gesehen habt, waren 734.000 Gold zusammengerechnet. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Und dann habe ich quasi hier weitergemacht. Und ihr seht, die Liste ist noch ein Stückchen länger. Und ich habe die jetzt halt einfach hier hinten rangehängt. Hier habt ihr die Liste, die ich quasi im Google Docs habe von den Items, die mir allgemein noch fehlen. Und habe jetzt einfach einen neuen Tab gemacht und das da gespeichert. Weil alles, was ich auf dem PC gespeichert habe, konnte dann immer sein, dass es wieder quasi nicht aufrufbar war. Also auf dem alten PC. Deswegen habe ich das jetzt alles im Google Docs erledigt. Da ist es dann zumindest gespeichert. Genau. Und was habe ich mir hier noch geholt? Ich habe mir hier noch ein paar Orders-Teile geholt. Ihr seht, für 5K ein Orders-Plattenteil. Hier nochmal für 5K. Nochmal für 5K. Das war alles Minimumgebot. Und hier Armschienen T3 Worry. Da habe ich es jetzt auch hingeschrieben, dass ich noch weiß, was es ist. 24K für ein Worry T3. Absoluter Schnapper. Übrigens, kleine Randinformation an der Stelle. Mit den Orders-Items bin ich damit komplett fertig. Da hat mir noch 4, 5 gefehlt. Die sind jetzt hier komplett raus. Und dementsprechend Orders-Sachen sind abgeschlossen. Was mich sehr freut. Muss ich da zumindest nicht mehr gucken. Genau. Dann habe ich hier wieder weiter gemacht, diese ehemalig removeden Items zu kaufen. Auch bis zu 10K. Ihr seht, die meisten haben dann auch 10K gekostet. Dann habe ich mir für 32K ein T3 vom Hexer gekauft. Dann wieder ein Haufen ehemalig removeden Sachen. Dann habe ich 77K für Bonus Royals ausgegeben. Und zwar sowohl in Half-Z als auch in Legion für die Bonus Royals. Wobei, in Legion habe ich hauptsächlich Ehrenabzeichen rausgehauen. Was man eigentlich nicht machen sollte. Aber ich habe mal einen Haufen Ehrenabzeichen gefarmt. Und Overcapt'n hat nur 3.000 rumliegen. Da dachte ich mir, die brauche ich aktuell eh nicht. Hauen wir ein paar raus. Aber die gehen schneller weg als gedacht. Ich kann es euch mal kurz auch gucken. Kurz mal zeigen. So rum. Ich habe nämlich in Wallets of Draenor HFZ komplett fertig gemacht. Das war die letzte Raid-Instanz, die mir gefehlt hat. Jetzt sind da nur noch die Dungeons drin. Und halt dieser Dungeon-Loot kann ein Dungeon-Loot, der in allen Dungeons droppt. Heißt, ja. Mit Raids bin ich in Wallets of Draenor auch fertig. Ich habe mir auch ein paar zu viele Bonus Royals gekauft. Aber du weißt halt immer nicht, wie es droppt. Dann holst du dir ein paar Bonus Royals. Und dann droppen die Items doch. Naja, also ein paar waren dann wasted. Aber ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt Wallets of Draenor, was Raids angeht, zumindest fertig habe. Gut, in Legion ist noch einiges. Aber naja, da kommt bestimmt noch die ein oder andere Goldstückchen zusammen. Genau, dann habe ich hier wieder ein paar Sachen gekauft, die ehemalig removed waren. Dann bin ich ein bisschen hochgegangen bis auf 15k. Hier habe ich mir irgendwelche Händler-Items gekauft. Da weiß ich... Ah, doch, jetzt komme ich wieder drauf. Und zwar, es gibt in Thron des Donners, gibt es quasi eine Ruf-Fraktion. Und diese Ruf-Fraktion hat einen Händler. Und komischerweise hatte ich da einige Sachen noch nicht gekauft. Der ist in Mists of Pandaria bei dem Neo-Zau-Tempel. Und da konnte ich mir ein paar Sachen holen. Ja, ging jetzt eigentlich. War jetzt nicht sonderlich teuer, 18k hat das gekostet. Genau, dann bin ich hier auf 15k hochgegangen, dass ich die ehemalige removeden Sachen kaufe. Dann habe ich mir nochmal ein Priester-T3 gekauft für M131.000. Dann war ein Item drin aus dem Gewölbe, also aus dem ersten Raid-Tier aus Dragonflight. Für 15k, absoluter Schnapper. Die Sachen aus dem Gewölbe sind sehr schlecht gedroppt und die sind mittlerweile so teuer alle, selbst die Normal-HC-Items, dass 15k echt krass günstig ist. Sie kosten meistens alle über 100k, 300k oder irgendwie sowas. Also richtig teuer. Und dann bin ich als nächstes Jahr auf 20k hochgegangen und habe mir noch ein paar von diesen Items gekauft, die ehemalig removed waren. Genau, jetzt sind wir bei einer Endsumme. Also quasi das, was wir in dem ersten Build hatten, plus diese ganzen Sachen, sind wir bei 1.601.000 Gold. Ein bisschen mehr, als ich sonst habe. Eigentlich mache ich Cut bei einer Million, aber ich konnte es jetzt zwischenzeitlich nicht aufnehmen. Deswegen habe ich halt das immer weiter gemacht, weil ich wollte jetzt auch in zwei oder drei Wochen nicht im Auktionshaus gucken, weil man kriegt natürlich auch immer schon wieder ein paar Schnapper und die wollte ich halt quasi nicht sausen lassen. Deswegen habe ich das jetzt so in der Liste geführt. Ab sofort werden wir die Items wieder kaufen und ich zeige es dann euch im Video. Wann sollte das funktionieren? Ich kann jetzt euch aber auch kurz hier noch so einen kleinen Ausblick geben, wo ich aktuell stehe. Also die Sachen, die ich ja aktuell am Kaufen bin, sind Black Market. Orders sind wir ja fertig. Wappenröcke brauche ich noch ein paar, aber ich weiß nicht. Die Dinger können halt theoretisch als Drop kommen. Einer kam ja als Drop schon, da jetzt mehrere hunderttausend oder wahrscheinlich eher Millionen da reinzuwasten. Fühle ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, wenn dann, ich weiß, okay, in einem Monat oder zwei kommen sie als Drop. Dann tut mir das schon weh. Deswegen, wenn ich wirklich ihn richtig günstig schieße, okay, nehme ich ihn mit. Aber jetzt krasse Summen werde ich in den Wappenrock nicht rein investieren. Dann die T3-Sachen. Mir fehlen jetzt noch 44 Detail-Sachen. Ich habe fast 40% von allen T3-Dingern. Sieht ganz gut aus. Von jedem habe ich schon was. Jürgert habe ich ja quasi das volle Set. Und von den anderen habe ich jetzt immer schon ein bisschen was zumindest. Waffen fehlt noch, Arcanreißer und Sonnenlaute. Und dann halt noch diese strafsbesetzte Sonnenbrille. Die startet aber immer bei einer halben Million. Weiß ich nicht. Das riecht halt eher danach, dass ich das dann über quasi diese Quantum-Items mir ergämpel. Ich vermute, ich weiß jetzt nicht sicher, ob es drin ist, aber ich vermute mal, das könnte drin sein. Genau, das ist das, was im Schwarzmarkt drin ist. Und dann in Außenbereichen habe ich jetzt halt hier noch ein paar Sachen drin. Das sind, glaube ich, nicht alles Items, die man mal H kaufen kann. Aber die meisten, zumindest. Das ist, glaube ich, von der Questreihe. Das ist so ein weißes Quest-Item. Aber die meisten Sachen, die jetzt hier noch drin sind, sind quasi die ehemalig removeden Sachen. Viele habe ich mir jetzt schon gekauft. Also es sind jetzt hier in Kalender noch 16 minus halt 1, 2 so Quest-Sachen, die ich mir noch irgendwann holen muss. Und in Österreich-Königreich sind es noch 37. Wobei, hier ist ein Flugpunkt in Undercity, den ich jetzt auf einem neuen PC muss. Sicher die ganzen Sachen wieder neu holen. Irgendwie kriege ich den nicht. Und da sind auch noch ein paar andere kleine Sachen, glaube ich, drin, die jetzt nicht immer haarkaufbar sind, wie zum Beispiel so Dekasachen. Aber ziehen wir bei jedem ein, zwei Sachen ab. Es sind wahrscheinlich jetzt noch um die 50 Items, die ich mir quasi holen kann aus dem Auktionshaus, die jetzt wieder neu reingekommen sind. Und dann natürlich das Zeug, was wir ja davor auch schon auf der Liste hatten. Hier diese Raid-Drops und gut von den removeden Sachen ist natürlich einiges auch hier wahrscheinlich überlappend. Ich muss die Liste mal nochmal ein bisschen überarbeiten, denn ich habe natürlich die Problematik, dass ich die Online-Liste immer nicht ganz so akkurat gefüllt habe. Und die alte Liste, wo dementsprechend ich alles immer sofort rausgeschmissen habe, die ist durch den PC-Crash quasi auch verloren gegangen. Also ja, die muss ich dann halt mal einzeln wieder gucken, was ich habe. Das ist halt ein bisschen aufwendiger. Ich muss jedes Item auf www.head eingeben. Dann auf www.head quasi mir die Item-ID raussuchen, den Link ingame, den Link einposten. Und dann sehe ich das Item ingame und kann sehen, okay, habe ich das oder habe ich das nicht. Kann man schon machen, aber wenn man dann halt ein paar hundert Items so durchklickt, dann zieht sich das und das mache ich mal irgendwann, wenn ich Zeit habe. Genau, das war es soweit, das kleine Waste-Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Sagt mir vielleicht, wie es jetzt ist, so vom Sound, von der Grafik her. Ich muss da jetzt noch wahrscheinlich ein paar Sachen umstellen, ist nur nicht hundertprozentig final. Aber zumindest jetzt so, dass ich wieder aufnehmen kann, ist denke ich mal gut. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Waste-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.